Wir haben unser erstes Video, Dingo mit einer Wette, Best of Trimax Vollgeist 4.0, try not to laugh. So, Dingo sagt, wenn ich es schaffe, nicht zu lachen, dann giftet er 10 Subs, wenn ich lachen muss, muss ich 3 Subs giften. Dann, ganz kurz Energie in den Chat, ich darf grinsen, ich darf auch so machen, aber ich darf nicht lachen, grinsen zählt nicht, ok, sondern es zählt ein lautes Lachen. Ihr macht alle mit, seid ihr bereit? Es geht um 10 Subs, das sind 50 Euro, ich darf nur nicht lachen. Es ist ein langes Video, 12 Minuten, es sind 12 Minuten, es ist viel verlangt, aber es ist zu schaffen. Ich möchte diese Challenge jetzt eingehen, weil 10 Leute würden einen neuen Sub bekommen. Keine Geräusche, ich werde keine Geräusche tun, ich werde keine Geräusche machen, ich werde mich anstrengen. Die letzte Frage, Dingo, darf ich das Video stoppen oder muss ich das Video durchlaufen lassen, 12 Minuten? Wenn du nicht lacht, gibt es von mir eine 20 Euro Spende, Sven ist auch dabei, mir ist egal, perfekt, dann werde ich stoppen. Wir gehen rein. Ist das dumm? Hohohoho Rumei Thunwil III, aka Sir Sucksalot. Rumei Thunwil III, aka Sir Sucksalot. ersten 30 sekunden schon fast verloren da hast du aber dir ganz schön das hemd gemacht ich bin normal ich gehe da lang ja jetzt machte so ein wannabe grief hashtag wannabe griefer in chat naja jetzt versucht das hier größter wannabe griefer auf diesem planeten wieso versage ich so auch bei diesen blauen dingern in der flipside wo bin ich denn jetzt hilfe hilfe ich stürze ab was ganz runter die lava kommt die lava kommt wie weißt du was scheiß ton alter max wusste es nicht der loser was ich wollte ich wurde wie so ein rockstar rumgereicht und auf den schultern der leute getragen jetzt werde ich hier wieder festgehalten von dem sack gesicht man die sind zu dumm guck dir mal die dose da vorne an ich wünsche der dose was schlechtes in real life ja ziehst hier rein guckt er tötet euch alle er tötet euch alle doch auch die andere seite das kannst du dieses video kannst du in dem scheiß in der scheiß bewerbung zeigen und zeigen wie unfähig dieser typ im team ist wenn ich es nicht schaffe schafft es keiner ich bin die ganze zeit auf der fall und man kann das recht auch wenn die dose erst elf jahre alt ist und sich in zehn jahren erst auf irgendeine stelle bewirbt du kannst das mit der mit der ip herausfinden wie der typ heißt wo der wohnt das steckst du mit in die bewerbung der typ wird verdammt noch mal nicht angenommen bei der arbeit ohne witz mit der szene kann man ihm sein ganzes leben ruinieren ich will jetzt schon einfach aufhören ich habe jetzt schon keine lust mehr ja diese runde eben hat mich so gefrustet ja du bist so shit junge du bist so schön ich wollte darüber weil wir so quetschig mit uns drei waren was ist das denn der hat sich null festgehalten und gar nichts shit die 250 flocken hole ich mir du kriegst die kamerstelle deines lebens sie doch du hast sie doch komplett jetzt schon safe als ob die anderen hier jetzt irgendwas machen eins gegen eins hanky der ist gut der ist gut der hält nur fest muss vorhin weglaufen während ich hier ausweiche der hat mich dreimal festgehalten er konnte man wieder und hat mich so gepiesagt immer wieder am ende hast du das gesehen drei mal ausgerechnet jetzt ein schwitzer der er sogar italien meist reißen ach du bist hinter mir oh den habe ich oh mein gott getrackt ich werde drunter gelaufen du musst das sehen ich nicht laufen neben den anderen und fliege auf einmal fünf kilometer von der map runter mann ich kassiere permanent aber nicht auf normale ebene die leute laufen gegen mich und ich fliege von der map ja guck mal was ist das schon wieder ich verstehe er streift mich mit seinem kleinen finger und ich roll von der map runter ja verstehe es nicht ich verstehe es nicht durch was denn ne du hast es halt ne du hast gewonnen was zur hölle passiert ich hab sie ich hab ich habe sie ich bin raus ich bin jetzt also ich weiß es nicht ich liebe hanky so sehr in vorgest weil der nur am rage ist die tür gehen nicht auf mann ich hab jetzt ich stehe gerade 20 minuten vor der tür ja die geht nicht auf die eine das war nein das weiß man doch die eine ging nie auf ich schwöre die sind anders die sind komplett anders mittlerweile ja die türen sind anders die türen sind komplett anders normalerweise die beiden in der mitte gehen die ganze zeit auf und zu ich stand gerade zehn minuten vor der eine in der mitte die ging nicht auf aber die am rand die ganze zeit das ist doch unerhört lebst du noch ich stehe da und denk mir wieso geht die nicht auf dann geht sie nicht auf lebst du noch ich wechsle die tür ja ich bin drin ja bitte rammst du dann so ich wechsle die tür ich wechsle die tür dann geht die auf einmal hoch ich wechsle die tür und die andere geht dann wieder die ganze zeit runter ich wechsle die tür ich wechsle die tür ich wechsle die tür geht die wieder nicht auf let's go gebrochen hallo test 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 alter was ist das für eine quali wer ist da ne 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 nein ich muss mich zusammenreißen ich muss mich sehr zusammenreißen weil ich mich selber einfach viel zu lustig finde muss ich jetzt ganz tief durchatmen nein 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 wir hören dich nicht so werde ich nicht dann muss ich full mute gehen dann rede ich mit gar keinem niemals niemals was ist das also hört die mir kurz zu bitte es sind hier also ich bin ich bin gerade in griechenland aber erstmal warte mal ganz kurz was ist das für eine qualität man ja warte doch mal ganz kurz lass mich doch kurz erklären du schreibst immer direkt so also ich bin gerade in griechenland und hier ist ein hurricane gerade ja ein orkan der tobt über griechenland ja und um mich herum gibt es kein strom ja ja und deswegen habe ich hier halt äh sag ich mal notfallequipment was ich benutzen muss und ihr müsst das natürlich aushalten ist äh wie weil ein Sturm ist ich bin Team Captain von Rivals weil jetzt ein Sturm ist musstest du ein 5 Euro Toaster Headset anschließen oder was wo ist denn dein Mike alter hey du redest gerade über einen Laptop oder sowas das ist gerade nicht richtig angeschlossen oder bist du über das Handy reingewählt du hast kein Mikrofon angeschlossen das ist ein Laptop Mike ich muss dich leider enttäuschen es ist ein richtiges Mikrofon das ist das kann kein Mikrofon sein es ist nicht möglich es liegt vielleicht am Strom Max es liegt am Strom nein doch doch am Strom so und ich bin Team Captain und wir kriegen das hin wieso wo liegt denn das am Strom wegen der Verbindung du bist nach Griechenland gefahren ja und hast dir kein Mike vorher geholt hey ich muss da jetzt das beste Mike ja nicht das beste Mike aber dass man dich versteht einfach ja verstehen tust du mich ja also du würdest hier ja gar nicht mit mir reden na gut ich würde ja auch mit dem Walkie Talkie verstehen aber ist das das Ziel ich könnte es auch anrufen und mach das Telefon auf laut die 20 Monate sind viel zu schnell vergangen also eigentlich habe ich verloren aber ich hoffe dass ich trotzdem Subs kriege Max du musst mir überlegen warum du heute hier mit dabei bist ich bin ja Team Captain das weißt du hoffentlich oder? ich fühle mich als wenn ich irgendwie gerade bei Mac ist eine Bestellung abgebe und man steht dafür richtig schlecht mach ich nicht nee Mickey da kannst du doch nicht mit Captain oder so kommen ich muss mich dann wirklich ich muss dann fullmute gehen alles es läuft gerade so so saboteurmäßig ich werde hier permanent saboteurt die Sabotage ist real du musst da einfach aufpassen dazu habe ich noch nichts gegessen ich bin einfach leicht reißt so wie Chef Strubel war aber auch blöd dass genau während der Rollertour genau in den vier Tagen Chef Strubel seine Tage hatte das war blöd ne? ich bin echt er schon aus ich bin ich nicht Das war und ich kann selber ich binüler ich bin понять ich bin Chef Strobel auf dem Roller mit dem OB drin in der Klitoris leckt mich am Sack Chef Strobel hat einfach OBs mitgenommen zur Rollertour er hatte einfach OBs im Kofferraum beim Roller ich meine nicht Klitoris sondern Vagina das ist immer schlecht wie in real life zum Beispiel läuft jemand an dem vorbei der hat ein nicer Shirt was du nicht hast und dann killst du ihn einfach kennst du das nicht wenn du einfach gegrieft wirst doch doch grieft einfach mal jemand in real life lauf mal so auf den zu wie so ein Fall Guys Charakter halt den einfach so fest an den Klamotten und dann floppst du ihn so ein bisschen nach hinten und dann springst du da lang einfach Reapers hab ich dich in der Friendlist? Ja, nee, weiß ich nicht Ja, ja, doch, 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 doch wir haben schon Okay I'll be your admin today If you have any questions or concerns feel free to ping me directly please read the announcement about the score submissions and also please remember to include if it was the final round or not also wir müssen irgendwie ach, der ist mir ein bisschen zu kompliziert wir müssen irgendwie noch anmerken ob es die Finale wunderbar oder nicht ob wir im Finale waren oder nicht weil das ist ja es ist ja wichtig für unsere Punktevergabe und das muss dann auch mit dem Redfinger Ja, okay Oh Gott, ich bin fast ganz runtergefallen Ja, sorry, was gegen mich zu gewinnen wird nicht so schwer Gegen wen? Der Max und mich, wir sind ganz unten und jetzt wächst es noch eins runter Wie überhaupt? Was? Na der Unten war offen Ich hab keinen Bock mehr Soll ich dir jetzt mit der Türkei rein? Ne, du läst es morgen schon hoch, ne? Glaub ich nicht Glaub ich nicht Glaub ich nicht, nein, nein Dann will ich das auch aus dreckig Ich will meinen Vorteil daraus ziehen Doppeltag Ja, ja klar Echt jetzt? Ja Stimmt Wo ist das? Holy shit, der ist noch ganz oben Wie viel hat der noch? Bei mir wird's knapp, bei mir wird's knapp Yo, der ist bei mir gelandet Alle sind bei dir gelandet Wieso landen denn die? Warum, 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 warum Das war soo stark Ich hab die Taktik perfektioniert Danke, Max Ja, die Taktik hat in wer Sooo heftig Ich hab alles abgestimmt Wieso landen die denn da alle? Ja, okay Oh, Micky Geht mal links Geht mal links Bleib links Bleib bei mir an der Nähe Oh, passen Moin, Maddox Ist dir rausgefallen? Jaaa Ich bin sogar zurückgesprungen Ruhig und gelassen Ruhig und gelassen Oh 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 Oh, die Girk kommt Oh Oh Oh, die Girk Nein Digga Oh, die Girk rechts Völlig verkackt Mann Hey, was ist das? Oh, ihr schafft es nicht Ich bin raus Ich bin raus Welche, welche Frucht hat dich, die, die, die Alle, guck dir das mal an Ich hab diese Runde acht Früchte abbekommen Und davon waren drei Gemüse Rappen, übel raus Ja, ich kenn das Was soll das denn? Ey, diese Girls Ich bin immer, immer außen geblieben Ich will dich immer außen Das ist doch ein dummes Game Nein Ich brauche irgendwas Was hab ich... Mir fehlt gerade was Du warst zum Anschauen? Nee Ich glaub ich hab Durst Oder was ist das? Ja Ja, ich hab Durst Ich hab einfach... Ich hab Durst Ich werd mir jetzt was zu trinken holen am besten, oder was? Nee Bis gleich Ich schreib vorgeist erstmal schöne Rechnung Über 200 Euro Ja, ich bin im Spawn Guten Morgen Guten Morgen Ich bin im F***ing Spawn Oooooooo Was? Wer ist denn da so doof? Oh Gott Ey, die Filo sagt, ich bin Twitch Prime Oh mein Gott, schon wieder geblockt Was? Ich komm nicht weg Henki, ich bin im Spawn Henki Kannst du dich aus dem Spawn bitte abholen? Hm Was soll das jetzt? Was soll die Scheiße denn jetzt? Ich dachte wir machen den ganz entspannten Max Max Du bist so scheiße Du bist so scheiße Fließt er dich? Ja Er macht mich mega sauer mit der Scheiße Hahahaha Hahahaha Es ist Hahahaha Oh, Dingo, dackel. Clap in Chat für Dingo. Das war ein sehr, sehr gutes Video. Dingo, ich hau die Subs später raus. Ich hab grad keinen Bock, auf die Seite zu gehen, ja? Oder verlangst du, dass ich sie jetzt raushau? Oder kann ich sie auch später raushauen? Dingo, ja, du schreibst Mickey Heisele, aber sag ja oder nein. Soll ich später die 5 Subs raushauen oder jetzt? Oder kann ich es auch später machen? Weil ich hab keinen Bock, auf die Seite zu gehen grad. Jetzt. Das war jetzt lang. Hm, mal einfach 5.500 Zuschauer. Wahrscheinlich. Halb vorbei. Bin ich dumm? Bin ich dumm? Das hab ich nicht gemacht. Abbrechen, abbrechen, abbrechen! Ey, Chat, ihr glaubt mir, dass nicht grad was passiert ist. Ich mein's wirklich ernst. Digga, ich bin so dumm. Ich bin so ein Haufen Scheiße. Ich bin so ein Haufen Scheiße. Ich bin... Digga, was hab ich gemacht? 250 Euro weg. Ich hab die 0 bei... Also bei 5K-Viewern war ich auf 5 und der 0. Fokussiert. Und dann hab ich irgendwie auf 50 draufgeklickt. Und ich konnte nicht mehr abbrechen. Ja, egal. Ich hab ja... Ich hab ja gleich Geburtstag. Habt ihr das von mir bekommen? Holy fucking shit. Ich hab die... Ich hab bei den Viewern gesehen, die 5 und die 0. Und dann war ich so... Kennt ihr das? Wenn ihr in Gedanken seid und ihr klickt schon irgendwas? Kennt ihr das? Wenn ihr einfach so komplett automatisiert irgendwas tut, ihr wisst gar nicht mehr, was ihr macht? Weil ihr mit dem Gedanken woanders seid? Ey! Nur zu gut, ey, das ist... Manchmal hab ich das. Dann drück ich irgendwas. Das ist schon... Bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.